Hallihallo und herzlich Willkommen meine Lieben, ich bin das Rollchen, das ist der Eichy und der Eichy darf jetzt Deadman's Journey spielen. Sieht auf jeden Fall schon interessanter aus vom Gesamtsetting her finde ich. Enge dunkle Räume mit ein bisschen Beleuchtung. Ja toll, danke. Super, gern. Gern. Ich glaube ich hab dir ein schönes Spiel ausgesucht. Das sehen wir gleich. Ja, ja. Press 1 to beginn würde ich sagen. Press 1. Press 1. Nicht press 1, press 1. Denn auf geht's. Ach man. Please adjust the volume. Until you can hear very slightly, hear a beeping sound. Can we hear. This journey has been developed by the plate alone with headphones in order to experience all the effects. Super. Hören wir's slightly? Ich höre slightly. Hörst du slightly oder wollen wir slightly machen? So, wa? Ja. Ja. Wie? Okay, auf geht's. Hör auf damit. Ich schlag hier wild um mich. Turnwax Games. Stanislav Truchowski. Den hatten wir doch schon. Den hatten wir doch schon mal. Ja. Welcher war das? Ich glaube... War das jetzt sogar Contenuously? Stimmt, Continuously war's, oder? Oder war's Contemp? Eins von beiden. Special thanks to bla, ja. Das müssen wir rauskriegen, den kennen wir auf jeden Fall. Das ist ein Dude mit dem wir so vertraut und das fanden wir scheiße. Ja. Würde ich so sagen. Gut war's nicht. Also doch, es war gut, aber war scheiße. Also, ne? Ja. Dings. Bums. Ich hab auch gar nichts gemacht. Das genau. Nein. 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 Deutlich nein. Ach so. Schön hell. Äh. 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 Warum ist... Hä? Äh. Äh. When hanging in between life and death, heaven and hell, one can only do but remind himself over and over. Äh. Muss ich da jetzt rein? Kann ich aber schnell laufen? Ne. Noch nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Hä? Hä? Was? Was tust du? Ich weiß es doch auch nicht. Ich mach gar nichts. Geh mal in die Konsole da. Oder guck mal nach hinten, ob man da irgendwo noch... Das ist alles... Das ist alles nur hell und weiß. White. Das war nicht gut. Tü-tü-tü-tü. Äh. Hahaha. Klasse dich. Und ich hab noch nicht mehr reingeguckt. Hahaha. Das war so erschreckt. Wie war geil. Adjust the game brightness through your number keys. One up to nine. Nein. Sieben glaube ich war ganz gut. Mhm. Oder? Wir können es auch offenbar nicht mehr ändern. So und... Nun muss ich hier... Laufen. Hin bei... Zu... High Voltage. Hör mal auf. Gefäller... Gefährliche Summen. Gefährliches was? Summen. Surren. Was auch immer. Gott ist mir übel. Hier geht's. Hahaha. Was ist jetzt hier mein Auftrag? Wir wissen nichts. Du bist gefangen zwischen Himmel und Hölle. Ja. Toll. So wie jeden Tag. Hör auf da. Press E. Ach beruhigendes Geräusch. Nicht gut. Oh komm die Tür wird müsste man sich eigentlich ins Auto legen. Das erinnert mich so ein bisschen an Containment Breach. Ja. Nur dass wir hier keine Blinkmechanik haben. Was ich sehr sehr gut finde. Das wird sich noch raus... Hier war ich doch schon. Wow. Ich kann nicht mal hüpfen. Lass das. Das erinnert wirklich an Continuously gerade. Was aber? Not enter. Irgendwas unlockt. Geh weg. Beep. Beep. Klingt wie meine Mikrowelle. Was? Und ein Gameboy. Ja. Er hat aber wirklich was von Continuously. Ja irgendwie schon. Muss ich das überhaupt hier tun? Geh weg. Weiß ich nicht. Alter. Dicker Bus Drop. Aber den hatten wir bei Continuously auch. Echt ja? Ja. Na das eine Mal mit diesem... Ach stimmt als die Tür aufgeflogen ist da und so. Jo. Muss ich hier jetzt im Kreis rennen? Das scheint nicht falsch zu sein. Aber es ist richtig. Geht nicht. Nicht. Geht nicht. Guck da hin jetzt. Hab ich ja. Ich wollte nur noch mal den Schnaufen entfernen. Okay. Wow. Du behindertes Dreckspiel. Hasse dich. Ach. Do not leave. Nee ja nee. Danke. Pissbacke. Oh. 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 Biip. Biip. Tüdleleleet. Nee. Bitte. Oh. Das ist nur ein Spiel, das ist gar nicht schön. Ist geil wie die Tür zugeht, finde ich. Gefällt mir gut. Authorized personal only. Ich bin anscheinend nicht autorisiert, diesen Raum zu betreten. Das tut mir leid für dich. Nicht wahr? Was ist da eigentlich? Nothing. Was ist das? Nothing. Diller Tüchter. Ja, so ein Sonne. Iu, 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 iu. Kein Just, Alter. Komm, Tür ist auf, geh ruhig. Das ist nicht gut. Tür geht zu. Ich bin da nicht durch, würde ich sagen. Oh Gott! Ach, schönes Herzschlag. Na, 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 na. Du, nein, nein. Bip, bip, bip. Du, 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 du. Ich glaub, jetzt geht's los. Ich glaub, es geht alles noch. Oh, die Fresse ha. Oh Gott! Ahhhh, oh Gott! Hahahaha 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 Schön, dass du deinen Spaß hast Ja, sehr, sehr Ich hatte von meinem Spaß vorher schon Jaja, komm Das ist auch immer ne richtig gute Idee Ja, ich muss da durch, ich kann den Gameboy nicht anmachen Ach so Oh Gott Ich bin keiner mit dir Was ist das? Ne Kamera Press and hold left click to activate night vision Why? Release left click to deactivate night vision Ich will nicht, das, nee Ich hab charge Das Ding muss ich aufladen Oder du kannst es nicht aufladen Weiß ich nicht Ja Ach ja Das ist gut Das finde ich gut Ist auch kaum nervig Was ist das? Paper Nein, das ist da was da gerade unten war Both mother and son died tragically in the hands of the father in the hands of the father in the hands of the father Police arrived at home on Thursday night after a worried neighbor called in to report excessive screaming Hm Um Unpon police forcefully entering the home both believed to be mother and son were brutally murdered with the father nowhere to be found full on investigations have begun to take To Place Wie komm ich hier wieder weg? Hä? Mach das weg? Ich will das nicht Vor allem musst du davon weg gehen Nee, geht nicht Escape? Nope No escape Schrei mich nicht so an Was ist das da? Barriere Barriere Unforgettable Ich bin echt Ich bin echt Was ist das? To exist, no dog Kill them 419, musst du uns da irgendwas merken? 283, hab ich hier irgendwas zu schreiben? To exit Exit, no dog Wahrscheinlich muss ich nachher durch ne Tür wo Zwei Exits sind aber nicht da wo der Hund drauf ist Warte mal, ich mach mal Notizen gerade Mach mal ein Foto Oder ich mach ein Foto, genau Das ist einfacher Boah Foto haben wir So, aber wie komm ich jetzt hier wieder hin? Ah, ich muss tatsächlich weg gehen von der Scheiße Du fliegst doch bestimmt gleich hier Boah Du bisschen nettes Mist Puck Boah, alter Ja, so geht es mir auch Boah Kann ich irgendwie mich ducken? Natürlich nicht Sinds noch so Das ist womertlich oder sowas Ich kenn hier nicht durch Muss ich wieder hoch? Wirklich? Lecomio Da ist nicht Ich bin mir unschlüssig Da fallen Dinge rum Das ist schön Ich weiß nicht Ich weiß nicht Aber irgendwie auch nicht Im Nachhinein ist es los Ich denke mir Jaaa Wieso? Aber so jetzt grad so Nö Das ging doch direkt gut los Das Spiel muss ich sagen Was meinst du? Nö Nö So von der Atmosphäre Nö In Ruhe 7 7 9 3 Das war so einfach Das war so einfach Das war so einfach Nö Das war so einfach Das macht gut Ich finde auch Ein bisschen was von Saw Na Freundchen Hörst du auf? Schrei mir nicht an du Gesicht Motherfucker Hier kommen wir nicht durch Wow Wow Nö Nö Leucht den an Leucht den an oder sowas Nö Also vielleicht können wir dann ja Dinge sehen Weiß ich doch nicht Ich will nix sehen Aber das sah ein bisschen aus wie Billy aus Aus äh SCP auch oder? So mit diesen ausgestreckten Armen Keine Ahnung Ich weiß nicht wo ich hin muss Ich hör hier Dinge Die ich nicht hören will Den Gameboy kann ich nicht drücken Nö Es wird schlimmer hier Du bist ein Arschgesicht Nö ist doch aber richtig oder nicht? Da ist ja das Schluck Where? Why? Ich glaube die Türe Ist das Joes Keyboard Welche waren das? 7793 oder was? Warte Das kriegen wir raus Äh So nicht Wo sind wir denn? Der letzte Zettel Der letzte Zettel 93 ja Wow So Fahren wir grad nen Reaktor wieder hoch oder was? Oh Oh Gott Ich meine das schön ist wir haben Continuously schon gespielt Das heißt wir wissen worauf das hier abzieht Also mit ne hier macht das Die Mechanik ja Dann passiert da was schönes Ich erinnere nur an Ich erinnere nur an die Tür under pressure Und wieder den Gameboy Tudelulele Tudelulele Kein Just auf diesen Scheiß Aule Ich find das so geil mit dem Sound von der Tür ne? Ja super Hammer Ich bin auch Schwer begeistert Nö Warte klar Warum ist das so laut? Bist du behindert oder was? Ich muss wieder runter Nö Ich hab kein bock Lass Licht an Lass Licht an Lass Licht an Lass Licht an Däh Foto Leon please Danke sehr Mein Tür scheint auf meinen Stabier zu sein Vater of the murdered family has been sentenced to death After constant cries of innocence Upon further investigation it is concluded that young Amy Ryn Has stayed at her grandparents over the night of the massacre John Ryn remains missing since 5 years ago Grandparents say he ran away from his house at 16 years old Ja Schön You framed that man Made him die for you Okay Purely unpoesend Das ist nicht schön Das ist richtig Boah so langsam reicht's alter Aber irgendwie hab ich damit gerechnet deswegen hab ich das gerade nicht so ultra abgehofft Geholt Oh es ist rot Es war vorher noch nicht rot Es war vorher noch nicht rot Du Fresse Ist so Hatte ich schon wiedersehen Wow Kann ich mal aufhören irgendwas kaputt zu gehen oder was? Schreib dich nicht so an sag ich dir Ich bin entschuldig Ich bin entschuldig Ich werde morgen mit dir sterben Ich versuche dich zu sein Ja Schön Das freut mich Quik 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 Ich nicht Ich nicht Aber ich denke Wir gehen direkt runter Was? Vorher wieder rumhampeln Meinst du? Klar Wir sind eh runter Ja wahrscheinlich Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich habe sie nicht gesehen 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 Du kinst Im Moment Ich habe sie nicht gesehen Und ich habe sie nicht gesehen ich habe sie nicht gesehen Sie dachten Ich habe sie nicht gesehen Aber ich habe sie nicht gesehen Bislang Was ist das einig? Ich wusste was, Bastard! Was der Fick? Ich nicht! Aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Wie hässlich du bist. Nee! 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 Muss ich jetzt mit ihm hier aufm Scheiß auf und so? Achso! Hallo? Wow! Was ist das? Ist nicht hell oder sowas. Ihr Vater, Bruder und Vater, tot bei deinen eigenen Händen. Und jetzt bist du hier, am Ende des Himmels, und hell. Ich versuche trotzdem, wo du gehst. Wo gehören wir hin? Keine Ahnung! Hm. Du zackst deine Mutter in den Händen. Und schaust die Hände in den Händen. Ich versuche tatsächlich... Bewöhnen! Stopp warte mal! Ich warte. Das ist hier so eine Kreuzung. So ein Auf-Spleißen. Ja, und hier geht es nicht weiter. Nicht? Ne. Hat er gerade gestoppt, ja? Da ist irgend so einen blauen Scheiß hinten. Das ist weg. Hier geht es auch nicht weiter. Super. Das freut mich. Laufen oder so kannst du nicht, ja? Nope. Nope. Aber dieser Stanislav J. Druchowski, der mag anscheinend sowas, wa? Ja, ein ziemlich kranker Kel, muss ich sagen. Aber er macht das auch gut. Ja, es ist nur gerade sehr hell. Das ist was mich stört. Ich musste gerade lachen, weil ich gerade etwas bemerkt und gesehen habe. Hab ich einen Popel? Ne, aber es sieht aus, als wenn du das Mikro gerade genau an die Backe drückst. Ne. Super. Hier geht es auch nicht weiter. Anders war der Scheiß. Soll ich aber mal hüpfen? Kannst du an einer anderen Stelle auch weiter rangehen? Guck mal da, hinten ist auch noch was. Where? Oh ja. Ja. Soll ich mal gehen? Mach mal. Nanananana! Ah, dann war ich da. Hm. Dann sind wir ganz schön hässlich. Muss ich ja mal feststellen. Muss ich ja mal feststellen. Oh ja. Soll ich nicht. Soll ich nicht. Soll ich alles von ihnen bekommen, um nichts zu bekommen. Ist das Herr Teufel zufällig? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh ja. Ich weiß nicht. Oh ja. 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 Geile Musik gerade. Also ich konnte mich nicht großartig bewegen. Ich konnte irgendwo lang... End. End. Turnvex Games. Game Developer Stanislav Truchowski. Nice. Eine kurze heftige Erfahrung. Möchte ich einfach mal feststellen. Ja. Geh ich mit. Holy smokes. Doch. Doch. Thank you for playing and completing Deadman's Journey. Deadman's Journey was completed... Was completed... Pl... 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 Ist so. Ja. Geil. Das war cool. Es ging. Hat dir nicht so gefallen, ne? Oh. Verstehe ich nicht. Doch, war gut. Ja. Jumpscare? Ja. Ja. Darf es sein? Darf es. Darf es. Durfte es. Ja. Da hat der Herr Stanislav wieder was Gutes hingekriegt. Ich glaube das war aber der von Continuously, ne? Ich meine auch, ne? Wäre so sein... Das ist auf jeden Fall so... Das wäre so seine Unterschrift, so... Für den Green-Geschichten oder so. Ja. Und auch so mit dieser Geschichte auch wieder, ne? In Continuously hattest du ja hier das Mädel und lalala, ne? Und hier hattest du jetzt diesen Bekloppten, der sich da erstmal ihn eingeholfen hat dann nachher. Cooles Spiel. Hat mir gefallen. Ja. Also, ich bin froh, dass ich es nicht gespielt habe. Kurz und wirkungsvoll. Ja. Würde ich auch so sagen. Aber... Überzeugt euch selbst davon. Wichtig. Spielsbildkopfhörern. Der Bums hat nochmal ein bisschen mehr. Der Bums. Also der Bums-Bums von der Tür-Bums. Der war halt super geil. Bums und Bums. Nämlich. In dem Sinne, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Genau. Und nachdet ihr, bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye! Bye, bye!